Den Smits! Brutzeln, Braten und eine Menge Köche, denen ihre aufmerksamen Gäste in die Töpfe gucken. Das Smits-Restaurant hat nach dem umfangreichen Umbau mit neuem Konzept geöffnet. Ab jetzt ist der ganz große Unterschied zu früher, dass alle Speisen vor den Augen des Gastes frisch zubereitet werden. Die Köche hier im Hintergrund werden aller Minute die Steaks auf dem Grill frisch zubereiten. Die Gäste können sich aus dem frisch zubereiteten Gemüse frei auswählen, was sie haben möchten. Wir haben als besonderes Highlight ganz neu eine Asia- und Pasta-Station, wo aller Minute die Leute Asia- und Pasta-Gerichte bekommen mit den Zutaten, die sie sich selber auswählen. Also man muss keine vorgefertigten Gerichte nehmen, sondern kann sich die Champignons, die Paprika, das, was selber das Lieblingsgemüse ist, zusammenstellen und von den Köchen frisch zubereiten lassen. Auch die Optik des Restaurants ist neu. Man fühlt sich wie auf einem Marktplatz. Die Speisen und Getränke sind lecker präsentiert, die Auswahl ist groß und sehr vielseitig. Jede Woche bekommen die Gäste neue Gerichte zum Probieren. Heute gibt es zum Beispiel leckere zwei Schweinenackensteaks mit Brokkoli-Gemüse und Bratkartoffeln, ganz frisch vom Grill zubereitet. Die Bratkartoffeln auch frisch aus der Pfanne. Dann haben wir in den Klassikern natürlich Schnitzel, wo man nicht drauf verzichten kann, was immer noch gern bei den Leuten ankommt. Und im Asia-Pasta-Bereich drei verschiedene Pastasorten von Bandnudeln über Spaghetti Bolognese, Penne mit unterschiedlichsten Variationen von Weißweinsoße, Rotweinsoße mit den Ingredienzien, was der Gast begehrt. Schon ab morgens 10 Uhr kann im Schnitz-Restaurant reichhaltig gefrühstückt werden. Auch die kleinen Gäste kommen immer auf ihre Kosten, denn für sie gibt es extra Kindermenüs. Jede Woche neue leckere Angebote zu fairen Preisen. Frisch vom Grill, aus dem Wok oder aus der Pfanne. Besuchen Sie unser Smitz-Restaurant und bringen Sie Hunger mit. Wir haben da was Leckeres für Sie.